Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer weiteren Ausgabe des Toko Tokonomi Podcasts, diesmal mit dem Thema die Stärke der Weltregierung. Immer wieder reden wir darüber, der letzte Krieg gegen die Weltregierung kommt, das ist der letzte Arc, denn diese muss gestürzt werden, zumindest in der derzeitigen Form, sonst kann es in der Welt von One Piece keinen Frieden geben und allen voran natürlich keine Freiheit und nach der strebt natürlich unser Protagonist Monkey D. Ruffy am meisten. Denn wir können eines festhalten, die Weltaristokraten, Himmelsdrachenmenschen oder Tenryubito, wie sie im Original genannt werden, ja, das sind Vorreiter, wenn es darum geht, andere Rassen und selbst sogar ihre eigene Rasse, die Menschheit, zu versklaven. Und nicht nur, um diese als Spielzeug oder als Arbeitskräfte zu haben, die müssen auch tatsächlich irgendwelchen Blödsinn machen mit extremer Körperkraft und am Ende wird dann ein Laufband in Mary Joa betrieben, wo die Leute dann halt nicht laufen müssen. Wie grausam klingt das denn eigentlich? Und ich ziehe auch gerne mal den Charakter Who is Who aus dem Wano Kuni Arc heran, denn ich glaube nämlich nicht, dass der im Impel Down eingesessen hat, sondern tatsächlich auch einer dieser Sklaven war auf Mary Joa. Wir kennen die Geschichte von Fischer Tiger, wir kennen die Geschichte von Boa Hancock und das sind nur zwei Namen von den vielen Sklaven, die die Tenryubito in der Vergangenheit hatten und immer noch jetzt nachjagen, weil die diese Menschen als ihren Besitz sehen. Oder Fischmenschen, ihr wisst Bescheid, was ich meine. Doch wer ist überhaupt in der Weltregierung so stark, dass er gegen Piraten ankämpfen kann? Denn diese Wälder-Aristokraten, die sind ja gar nicht so stark. Die meisten sind einfach nur Dullis und Zanchalos, der kommt eigentlich immer vor, wenn es darum geht, einen Tenryubito zu repräsentieren. Und wenn wir von dem ausgehen, da geht natürlich keine große Bedrohung aus, außer halt eben, dass er ein Himmelsdrachenmensch ist und somit halt die Gefahr läuft, wenn du ihn angreifst, kommt direkt die Marine mit einem Admiral und dann ist hier wirklich die besagte Kacke am Dampfen. Das riskieren die meisten Piraten natürlich nicht, aber so jemandem wie Ruffy war das damals schon egal und jetzt ist er mittlerweile Kaiser der Meere. Es wird ihm noch viel egaler sein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, ja, sogenannte Ehrenmänner unter diesen Tenryubito. Beispielsweise hier Sand Miosgat, Doflamingos Verwandter. Er ist ja auch von der Donquichot-Familie. Er hatte ein Ereignis auf der Fischmenscheninsel mit Otohime und hat dann seine ganze Einstellung geändert. Davon können wir eigentlich schon mal davon ausgehen, dass diese Weltaristokraten im Grunde ja eigentlich keine schlechten Menschen per se sind. Die wurden halt nicht anders da erzogen. Die werden als sogenannte Götter angesehen und wir kommen gleich noch zu einigen Fraktionen innerhalb der Weltregierung, die die tatsächlich als Götter ansehen und alles, was sie sagen, als Wort Gottes aufnehmen. Aber wenn du die anders erziehst, wenn du denen andere Eindrücke gibst, ja, dann können man die vielleicht sogar wieder normalisieren. Ja, ist halt schwierig, die dann an ein normales Leben zu gewöhnen. Aber die müssen nicht unbedingt für mich besiegt werden, weil die können sich sowieso nicht wehren und für mich zählen die nicht so wirklich zu der Stärke der Weltregierung dazu. Deswegen kommen wir jetzt mal zu der absoluten Basis der Weltregierung. Und da fange ich mit einem Charakter an, der gerne mal in Theorien verwendet wird, weil er doch ein sehr interessanter Charakter ist und ich spaßeshalber immer mal sage, ja, der hat doch die Pferd-Pferd-Frucht-Modell-Bürohengst. Ihr wisst, von wem ich rede, natürlich Kong. Kong war damals Flottenadmiral vor Sengok, also der Vorgänger von ihm, und ist dann direkt in die Weltregierung gewechselt. Ist nicht mehr streng genommen bei der Marine, hat aber jetzt die Oberbefehlsgewalt über alle Einheiten und Agenten der Weltregierung. Also ich denke, das meiste wird über seinen Tisch laufen, abgesehen von der Cypher-Pol AEG Zero, denn dort wurde gesagt, dass die nur direkt den Himmelsdrachenmenschen unterstehen. Also glaube ich nicht, dass da Kong noch ein Mitspracherecht hat. Jetzt können wir natürlich davon ausgehen, denn Kong ist natürlich schon ein bisschen älterer Charakter. Ja, Sengok ist schon ein alter Charakter. Gerade so nach dem zwei Jahren Timeskip ist er nochmal extrem gealtert. Scheinbar ist der Ruhestand in One Piece nicht so gut für die Haut und für die Haare. Da altert man auch gerne mal ganz schön schnell. Und deswegen können wir eigentlich davon ausgehen, dass Kong alleine für sich stehen, schon ein extrem starker Charakter ist. Denn er war Flottenadmiral und das wirst du nicht einfach so. Okay, bei Sengok ist das so eine Sache, weil eigentlich war ja Monkey D. Garb dafür vorgesehen, aber der hatte ja damals schon die Beförderung zum Admiral abgelegt, weil er eben nicht das Schoßhündchen der Weltregierung werden wollte und schon alle Befugnisse, die er benötigende Marine hatte. Aber Kong alleine ist natürlich keine Einmanner mehr. Er hat natürlich viele Leute unter sich und unter anderem gehört dazu natürlich auch die Marine. Ja, also er kann Akainu schon gewisse Befehle erteilen, ob Akainu das dann befolgt. Naja, eigentlich würde er das schon tun, aber naja, wir kennen ja auch Akainu. Er ist ein heißblütiger, roter Hund. Der entscheidet auch gerne mal über den Kopf der Höhergestellten. Wir haben auch gesehen, dass er sich gegen die Gorosei angelegt hat, als die ja da so ein bisschen mit Doflamingo parkiert haben. Das hat ihm absolut nicht gut gefallen. Und trotzdem wird natürlich dann die Marine quasi die Armee der Weltregierung darstellen. Aber, und da sind wir an dem Punkt, der ja schon eigentlich im Grunde kein Problem ist, aber doch irgendwo ein Problem. Und zwar, die Marine, das sind ja eigentlich in der Welt von One Piece, wenn wir mal streng bleiben, die Guten. Ja, das ist die Polizei und die Piraten. Das sind ja eigentlich die Bösen. Und das geht manchmal so ein bisschen unter, weil eben unsere Protagonisten, die Strohbande, ja auch die Guten sind. Nur, sie sind halt eben Piraten und gelten demnach natürlich auch als Verbrecher. Aber, wir haben natürlich auch in dieser eigentlich guten Fraktion, die Marine, auch schwarze Schafe. Ja, Captain Ratte beispielsweise, Captain Morgan, gerade im East Blue. Da haben viele sich einfach bestechen lassen. Auch ein Full Buddy im Baratie hat sich aufgespielt, nur weil er einen gewissen Rang in der Marine hatte. Also, da waren auch natürlich schwarze Schafe. Einige haben sich geläutert, im Falle von Full Buddy beispielsweise. Aber die anderen wurden Verbrecher, werden jetzt sogar gejagt. Was aus dem geworden ist, haben wir eigentlich kaum erfahren. Aber es gibt natürlich auch die Ehrenmänner in der Marine. Ja, Monkey D. Garb wurde schon genannt. Wir haben einen Kobe, der ja quasi mit dem Lesen von One Piece für uns in die Marine gekommen ist. Und wir wussten schon, der wird da irgendwann aufräumen, der wird irgendwann Admiral werden. Ist immerhin sein großer Traum. Er ist ja jetzt der neue Held der Marine, also das, was Monkey D. Garb vorher war. Monkey D. Garb ist ja nur noch Vize-Admiral Ehrenhalber, genauso wie Sengok. Aber sie haben ja jetzt unterschiedliche Bereiche. Ja, Monkey D. Garb kümmert sich nur noch um die Ausbildung der jungen Kadetten. Und eben Sengok ist in so einer Kontrolleinheit innerhalb der Marine, was eigentlich ziemlich gut ist, damit man mal ein bisschen aufpasst, dass da eben nicht solche korrupten Sachen wie im East Blue passieren. Dann haben wir einen Fujitora, das ist im Grunde auch ein Ehrenmann. Und wir haben eine Zuru, auch eine Ehrenfrau in dem Fall, einen Smoker, eine Tashiki. Also wir haben auf jeden Fall sehr viele positive Charaktere. Wir haben natürlich auch den ein oder anderen Hardliner, wie Akainu, vielleicht Kizaru und allen voran natürlich auch einen Green Bull, Ryokyu oder Ryokugyu, wie ihr ihn auch aussprechen möchtet. Ja, der steht komplett hinter der Weltregierung und sieht das Wort der Tenryu Bitu als das Wort Gottes an. Und wenn die etwas wollen, dann setzt der das auch durch. Warum hat man den für die Marine überhaupt rekrutiert? Ich bitte dich, der ist wirklich nicht dafür geeignet, abgesehen davon, dass er ein sehr starker Charakter ist. Und ich denke, er ist vielleicht der stärkste Charakter in der Marine, wo wir zu 100% ausgehen können, dass er am Ende auf der Seite der Weltregierung stehen wird. Und natürlich viele Soldaten werden auch da stehen. Du musst irgendwo die Lücken füllen. Ja, das geht einfach nur um Masse. Wenn du einen großen Krieg haben willst, und das haben wir auf Marine Fort gesehen, dann brauchst du halt auch natürlich viele Vordercharaktere. Und da kommen wir im Grunde schon zu den zweiten Vordercharaktere, die ich zumindest als Vordercharaktere sehe. Ich weiß auch nicht, wie viele das insgesamt sind. Wahrscheinlich nicht so viele wie Marinesoldaten. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Marinesoldat dann am Ende am letzten Krieg teilnehmen wird. Da wird es natürlich auch nochmal eine Spaltung hier und dort geben. Aber wir haben die Heiligen Ritter, die Holy Knights, die genannt worden sind. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das irgendwie krasse Leute sind. Wir haben solche Spitzhuthelm-Ritter ja bereits in Mary Joa des Öfteren gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass die als Heilige Ritter bezeichnet werden. Immerhin ist man in Mary Joa im Land Gottes. Die Terribito sind quasi die Götter in der One-Piece-Welt, auch wenn sie streng genommen natürlich nicht sind. Natürlich haben die Heilige Ritter. Die müssen natürlich irgendwas Besonderes sein. Und ich schließe nicht aus, dass die gewisserweise was drauf haben. Ja, das werden keine per se Vordercharaktere sein. Aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand ist, der da speziell richtig, richtig stark ist. Dass der eine Gefahr darstellen könnte für einen der wichtigeren oder vor allem den stärkeren Charakteren innerhalb dann der Gegnerpartei. Die höchstwahrscheinlich dann angeführt von Monkey D. Ruffy vielleicht. Monkey D. Dragon und Sabo. Wäre natürlich am Ende richtig, richtig cool, wenn dieser Krieg durch diese drei Parteien dann angeführt wird. Quasi der Sohn Monkey D. Ruffy führt die Piraten-Allianz in dem Fall ein. Ich rede jetzt hier nicht nur von der Strohhut-Bande und der Strohhut-Großflotte. An der Stelle mal eine kleine Anmerkung. Ich glaube nämlich, das ist das Ereignis, wo die Strohhut-Großflotte irgendwann wieder zusammenkommen wird. Da sind wahrscheinlich dann noch andere Piraten dabei, die jetzt nicht in dieser großen Allianz sind, aber dann helfen werden, weil sie auch einfach gute Piraten sind. Shanks sehe ich da zum Beispiel. Oder auch einen Trafalgar Law. Hey, vielleicht sogar einen Kirk Bonekang, einen Badgey und einen Eustace-Captain-Kid. Jewelie Bonny ist ja gerade im aktuellen Arc interessant. Also könnte sein, dass Ruffy die alle dann am Ende inspiriert, diese Welt zu einem besseren Ort machen zu können. Ja, dann wird die Revolutionsarmee angeführt vom Vater, nämlich von Monkey D. Dragon. Und das ist ja im Grunde dann sein Arc. Ja, wann soll denn die Revolutionsarmee mal im Fokus stehen, wenn nicht im großen Krieg gegen die Weltregierung? Und dann haben wir vielleicht doch mal so eine Marine-Fraktion, die sich dann auch gegen die eigene Marine stellt, die guten Ehren, Männer und Frauen der Marine, angeführt vom Großvater, von Monkey D. Garp. Und dann hast du diese Familie am Ende auch zusammen. Vielleicht bekommen wir da auch ein cooles Panel, wo sie alle drei nebeneinander stehen und dann der Weltregierung den Krieg ansagen. Ich würde mich da auf jeden Fall drauf freuen, ob es jetzt so kommt oder nicht. Ich hätte das gerne mal so als Fanart gesehen. Also wenn ihr irgendwelche Fanart-Künstler kennt, die da immer ein Motiv suchen, das wäre doch mal ein richtig cooles Motiv, so der Endkampf dann gegen Imsama. Vielleicht so als Gegenüberstellung. Ich habe da ein cooles Bild im Kopf. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Aber, ja, machen wir mal weiter bei der Weltregierung. Diese Heiligen Ritter haben wir quasi eigentlich abgehakt. Es könnte sein, dass da nochmal krassere dabei sind, aber das glaube ich nicht wirklich. Denn die Weltregierung hat ja noch mehr zu bieten und da kommen wir auch wieder in Richtung Vordercharaktere, beispielsweise nämlich die Cypher-Pole-Einheiten. Nämlich die Cypher-Pole 1 bis 8. Die Cypher-Pole 9 wurde ja aufgelöst nach dem Vorfall auf Eni's Lobby. Wurden ja sogar gejagt in der Cover-Story, weil Spandam ihnen die ganze Schuld zugewiesen hat. Und wir wissen nicht, was aus allen Mitgliedern geworden ist, aber wir wissen beispielsweise, dass Rob Lushi und Kaku dann später in die Cypher-Pole AEG Zero gewechselt sind. Zu denen komme ich dann nochmal einzeln. Aber was mit den anderen Mitgliedern ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Cypher-Pole 9 nochmal neu aufgebaut wurde, weil das war ja sowieso schon so eine Geheim-Unit, die nicht jeder kennen sollte, weil die für die Schmutzarbeit da war, für die Attentate und so weiter. Ich kann mir nur vorstellen, dass da ehemalige Mitglieder auch noch bei der Cypher-Pole 0 waren. Wer Film Red vielleicht schon gesehen hat, der weiß vielleicht auch im Vorfeld, dass Bruno und Khalifa dort auftauchen und die scheinbar dort Mitglieder bei der Cypher-Pole AEG Zero sind. Also das ist jetzt keine Information, die im Film passiert, sondern schon im Vorfeld im Filmfeststand. Das könnte eine Kanon-Information sein. Aber bis wir sie nicht gesehen haben im Manga, bleibe ich da mal so ein bisschen vorsichtig mit dieser Aussage. Aber kommen wir mal zu den Cypher-Pole-Einheiten. Eine 1 bis 8. Klar, von denen kennen wir nicht viele. Hey, Wanze, Wanze muss unbedingt zurückkommen. Absolut der Fan-Liebling übrigens in den Fan-Posts, die Oda in den Manga-Bänden beantwortet hat. Also bleibt spannend, ob wir den da im letzten Krieg dann nochmal sehen. Aber wir wissen auch, die haben nicht so krasse Charaktere. Die sind natürlich krasser als so standardmäßige Marinesoldaten. Aber alleine um die Masse zu füllen, finde ich gut, dass dann die Cypher-Pole-Einheiten am Ende vielleicht auch bei diesem Krieg dabei sind. Dann sieht es auch ein bisschen unterschiedlicher aus, wenn wir da ein paar Leute im Anzug haben und nicht dann diese klassischen Matrosen von der Marine allein stehen. Denn es geht einfach nur um Masse. Das soll der größte Krieg in One Piece werden. Der muss größer sein als Marineford. Und da brauchst du halt einfach diese Lückenfüller. Und dürft ihr nicht vergessen, die Stroh- und Großbrotter hat ja auch sehr viele Mitglieder, die wir, ich sag mal, zu 99% alle gar nicht kennen, weil die gar keinen Namen haben, die einfach Piraten sind und dann eben bei der Yonta-Maria oder so weiter oder bei der Hapo-Marine dabei sind. Und die müssen dann gegen diese Leute kämpfen und Mitglieder aus der Firetank-Piraten, die auch keinen Namen haben und so weiter. Ja, das muss natürlich im Hintergrund immer ablaufen. Das ist nicht das, was im Fokus steht. Was im Fokus stehen wird, wenn wir bei der Cypher-Pole sind, das ist natürlich die Cypher-Pole Aegis Zero. Ich hab's ja im Vorfeld schon gesagt, das sind Leute, die direkt den Himmelsdrachenmenschen unterstehen und im Grunde keine anderen Befehle dulden. Also das heißt, ein Kong könnte denen höchstwahrscheinlich keine Befehle erteilen, sofern Kong kein Himmelsdrachenmensch ist, was ich allerdings nicht glaube. Interessant ist hier aber, dass die Cypher-Pole Aegis Zero direkte Befehle von den Gorosei bekommen hat und das ist jetzt hier vielleicht kein Mindblown, den ich jetzt hier erzähle, aber ich denke mal, das ist so indirekt eine Bestätigung, dass auch die Gorosei alles Himmelsdrachenmenschen sind und höchstwahrscheinlich aus fünf Top-Familien bestehen und dort dann immer einen abgesandten abstellen für die Gorosei oder die werden aus den anderen 19 Familien, die ja noch übrig geblieben sind nach dem leeren Jahrhundert. Ihr wisst, die 20. Familie, Nefeltari-Familie, hat sich ja dagegen entschieden, nach Mary Joa zu ziehen, hat gesagt, wir gehen zurück nach Alabasta, wir wollen keine Weltaristokraten werden und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die halt sehr wichtig sind und dann auch die Cypher-Pole direkt Befehle erteilen soll, weil ganz ehrlich, Leute, die Tenryu Bitu, die haben natürlich ihre Wünsche, hier holt mal meinen Sklaven zurück oder bringt mal den um, weil der hat mich falsch angeguckt, aber ansonsten erteilen die ja keine Befehle per se, das sind ja keine Militärstrategen oder so etwas, ganz zum Gegenteil, der Gorosei. Doch kommen wir zurück zu der Cypher-Pole. Ich denke mal, auch diese Mitglieder sehen quasi die Befehle der Tenryu Bitu, in dem Fall wahrscheinlich der Gorosei, als das Wort Gottes an. Das wird nicht angezweifelt, na gut, angezweifelt vielleicht schon, aber dem wird nicht widersprochen. Gerade im aktuellen Kapitel haben wir Rob Luchy, der gesagt hat, es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, Vegapunk zu töten, immerhin ist er ja der nützlichste Mensch der Welt und damit hat er natürlich recht. Den Befehl wird er allerdings trotzdem ausführen und das ist etwas, was wir in Unigashima ja auch schon gesehen haben. Die haben ja auch drei aberwitzige Befehle bekommen zu diesem Zeitpunkt. Dir wurde nämlich gesagt, hey, bringt mal schnell Ruffy um, bevor das schlimmste Szenario eintrifft. Ach übrigens, wenn ihr schon dabei seid, kassiert noch Nico Robin ein und erobert Wano Kuni, damit wir dieses Land annektieren können. Wir haben schon ein bisschen Verstärkung geschickt. Gut, die kam ja nie so wirklich an. Sie kam ja nicht hoch nach Wano Kuni und selbst wenn, hätte da so Nisha vielleicht etwas dagegen gehabt, dann hätte er wenigstens mal einen Grund gehabt, nach Wano Kuni zu kommen, denn abgesehen mit Momonosuke zu reden, hat das für mich immer noch nicht so wirklich Sinn gemacht, dass er da war. Der ganze Arc wäre auch genauso ausgegangen, wenn er nicht gekommen wäre. Dann hätte man vielleicht die Information, dass Ruffy Joyboy ist, vielleicht aus dem Journal von Oden ableiten können und Momonosuke hätte es dann einfach gesagt, aber zurück zur Cypherpole. Die haben nämlich, trotz dass diese Befehle doch ein bisschen aberwitzig waren, ihr Bestes versucht. Sie haben versucht, Nico Robin einzukassieren, da kam so viel dazwischen, deswegen haben sie sie am Ende nicht schnappen können und ja, sich in den Kampf Ruffy gegen Kaido einzumischen, das war natürlich ein Himmelsfahrtkommando und trotzdem hat es dieser eine Agent versucht und es ist ihm ja auch mehr oder weniger gelungen. Mit seinem Eisenpanzer hat er Ruffy so abgelenkt und abgeleitet von Kaido, dass er den Angriff nicht standhalten konnte beziehungsweise seinen eigenen Angriff nicht durchführen konnte. Ruffy kassiert die Keule von Kaido und er wird dann quasi danach hingerichtet von Kaido, weil er sich in diesen Kampf eingemischt hat. Okay, der ist tot. Nach so einem Schlag von Kaido kann man auch schon mal tot sein, es sei denn, man heißt Kinemon und kann alles überleben, was Kaido einem antut, aber das ist ein anderer Kritikpunkt, der One Piece sich hier gefallen lassen muss, aber Kinemon, müssen wir ganz ehrlich sagen, ist ja auch irgendwo ein Ehrenmann. Gell, da ist das schon ganz nett, dass der das überlebt hat, auch wenn es, naja, vielleicht stark in die Plot-Armor ging. Ja, aber darüber hinaus hat die Cypher-Polar EG-Zero in Onigashima doch eigentlich gut performt. Ein Dearest Drake hatte absolut keine Chance und nur der eine Agent ist getötet worden im Kampf gegen Iso, während er gleichzeitig Iso auch getötet hat. Und klar, Iso war verletzt, aber Iso ist meines Erachtens jemand, der so ein bisschen unterschätzt wird, weil ich denke, er hat nicht ohne Grund eine ganze Division geleitet bei Whitebeard und war damit quasi eigentlich so etwas wie ein Kaiser-Kommandant. Also, wenn du mit einem Iso mithalten kannst, bist du halt schon mal stark, ja. Es ist halt nur ein Charakter, der im Hintergrund eher gekämpft hat und wir das nie so beobachten konnten. Aber auf der anderen Seite, wir haben gesehen, wie stark die anderen Samurai der roten Schwertscheiden gewesen sind und dahin müssen wir den halt einordnen. Am Ende hat auch ein Nekomamushi einen Peruspero besiegt oder ein Inuarashi einen Jack. Ja, das sind ja auch keine kleinen Kaliber. Und klar, die Stroh-Bande, das sind jetzt richtig große Kaliber, ja. Ein Raffi und ein Zorro und ein Sanji und ein Jinbei und vielleicht mit Abstrichen sogar noch eine Nico Robin. Ja, die werden an die nicht so wirklich rankommen oder da eine Chance sehen, aber wir haben ja nicht nur diese fünf Charaktere in der Stroh-Bande, sondern auch fünf weitere Charaktere, wo dann eben Einheiten der Cypher-Polar EG-Zero deutlich machen können, dass sie denen vielleicht sogar überlegen sind. Allen voran natürlich einem Rob Luchi. Und ich verstehe nicht, warum Rob Luchi so unterschätzt wird. Okay, wir wissen nicht, wie stark Rob Luchi nach dem Timeskip geworden ist, aber ich werfe jetzt mal einen Namen in den Raum, der jetzt mit Rob Luchi nichts direkt zu tun hat, aber auch eine extreme Steigerung bekommen hat und zwar Sir Crocodile. Und bei Sir Crocodile waren wir uns immer sicher, wenn der nochmal zurückkommt, ist das ein starker Kämpfer. Der ist ja quasi eigentlich jetzt ein Kaiser der Meere, nur dass Buggy ihm da aus einem blöden Zufall diesen Rang streitig gemacht hat. Und wäre Crocodile jetzt offiziell der Kaiser der Meere, der Kapitän, der Cross gilt, ich glaube, wir würden ihn mit ganz anderen Augen sehen und trotzdem dieses krasse Kopfgeld bekommen. Auch andere ehemalige Shishibukai haben ein riesiges Kopfgeld bekommen. Ja gut, Miyok hatte das vielleicht vorher schon. Der ist halt auch nochmal ein ganz eigenes Level unter diesen Charakteren. Und daher müssen wir einfach davon ausgehen, dass ein Rob Luchy, der ja immer an sich gearbeitet hat, der ja auch einer der wenigen Charaktere war, die Ruffy bis kurz vor Schluss überlegen war. Also er quasi war ein Rob Luchy, war ja der Katakuri des Paradieses. Also der erste Hälfte der Grand Line, so sehe ich den immer. Warum sollte er sich nicht krass gesteigert haben? Klar, er hat am Ende nur eine einfache Sohan. Aber hey, der kommt zurück und hat eine erwachte Sohan und geht dann nochmal richtig krass ab. Und wir wissen, dass er mittlerweile auch Haki drauf hat. Und zwar Rüstungs- und Observationshaki. Und er hat auf der Riverie mit einem Schlag einen Sai, der übrigens auch ein spezielles Königshaki und Rüstungshaki einsetzen kann. Dieses Hakushon, das er ja von Don Chin Chao geerbt hat. Und einen Leo, der ja auch gerade nicht schwach ist, weil diese Tontata ja eine extreme Stärke haben, auch wenn sie so klein sind. Und gegen die hatten wir absolut keine Chance, gegen den Rob Luchy. Und der hat sich nicht mal seinen Anzug dreckig gemacht oder so dabei. Das war für ihn so ein Fingerschnipsen. Also wie stark kann dieser Charakter geworden sein? Und hey, vielleicht hat er mittlerweile auch Königshaki, weil der sich nach diesem Kampf mit Ruffy so aufs Training fokussiert hat. Klar, Cover-Story mit der Cypher-Pol 9 und so weiter, da waren sie erstmal auf der Flucht. Rob Luchy musste auch sich erst einmal regenerieren. Da war noch bis zum Schluss der Cover-Story auch verletzt. Und hat dann eigentlich Spandam den Kampf angesagt. Hat gesagt, hier, Boss, hör mal zu, wir kommen dich bald besuchen. Und dann quatschen wir uns mal aus. Und da war ja eigentlich gemeint, dass sie sich mal so ein bisschen um Spandam kümmern. Aber scheinbar wurden sie dann in die Cypher-Pol AEG Zero übernommen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht sogar der aktuell stärkste Charakter in der Cypher-Pol war. Und weit stärker als diese Charaktere, die wir in Onigashima gesehen haben. Für Kaku sehe ich da ein ähnliches wachsendes Potenzial. Ebenfalls erwachte Soan. Ich meine, wir haben diese über zwei Jahre nicht gesehen. Natürlich sollten die jetzt erwachte Teufelsrüchte haben, wenn die schon normale Soan haben und so weiter. Und natürlich, Rüstungsharki soll ein Ding sein. Stassi, da kann man nicht so viel sagen, hat aber auch ganz schön dominiert im Whole Cake Island Arc. Na gut, wie stark ihr Gegner war, sei mal so dahingestellt. Hat ihn zumindest mit der Fingerpistole töten können. Ich schließe nicht aus, dass die ein bisschen mehr drauf haben. Und dann vielleicht auch nochmal zumindest ernstzunehmende Gegner auch vielleicht für einen Zorro oder halt auch für einen Sanji sein könnten. Ja, ich gehe eigentlich persönliche Meinung davon aus, dass die da eher Schwierigkeiten gegen diese beiden hätten. und die dann am Ende natürlich stärker sind. Und Ruffy ist halt natürlich nochmal eine ganz andere Welt. Aber auf der anderen Seite, das gilt wahrscheinlich auch für jede andere Piratenbande oder Gegner, der jetzt noch in Zukunft kommen wird. Und das werden nicht mehr so viele sein. Weil, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, okay, ja, die Cypher-Puller Ege Zero, das sind nicht die Endgegner, das sind nicht die Bosse, das sind so die Topiropo der Weltregierung, würde es jetzt mal so bezeichnen. Ja, das sind nicht Gegner für Ruffy, Zorro und Sanji. Da können wir definitiv davon ausgehen. Aber die muss man trotzdem halt irgendwo ernst nehmen. Und ich denke, die könnten uns nochmal alle überraschen. Und ja, die rechnen natürlich jetzt in Egghead Island nicht damit, auf die Strohbande zu treffen. Die sollen einfach sich um Vegabank kümmern. Und ich denke, das ist auch kein leichtes Unterfangen, weil der ja einige Maschinen hat. Ja, der hat vielleicht sogar ein paar Seraphien, die auf seiner Seite kämpfen. Aber die Cypherpole hat ja auch einen mitgebracht, aber den sollen sie irgendwie nur zurückbringen. Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, nämlich die Pazifister und die Pazifister Seraphien. Natürlich haben wir zum einen die Standard-Pazifister. Die werden wahrscheinlich nicht verschrottet worden sein, kann ich mir nicht vorstellen. Und natürlich sind das keine Gegner für die Strohbande. Aber für die, ich sag mal, Vordercharaktere auf der Seite von Ruffys Allianz am Ende sind das deutlich noch übertrieben starke Kämpfer. Das sind Leute, die quasi eigentlich die neuen Supernova davon abhalten sollen, in die neue Welt zu kommen. Das ist die hohe Wand. Und da ist auch die Strohbande damals so ein bisschen dagegen gerannt. Und die haben immer noch was drauf. Und jetzt kommen diese Pazifister Seraphien, die dafür gebaut wurden, die Shishibukai zu ersetzen. Und nicht nur irgendwie Shishibukai wie ein Gekko Moria beispielsweise, der vielleicht auch ein bisschen mehr drauf hat, als sein Kopfgeld vermuten lässt, sondern halt Leute, die so stark sind wie Boa Hancock, die so stark sind wie ein Mihawk. Ob die jetzt die Teufelsrüchte übernommen haben, gut, bei Mihawk spielt das keine Rolle, sei mal dahingestellt. Aber die sollen die ersetzen und wahrscheinlich sogar noch besser sein, aber vor allem natürlich besser kontrollierbar. Und kann natürlich auch sein, dass die komplett jetzt unter der Kontrolle der Weltregierung stehen und Vegapunk da gar keinen Zugriff mehr drauf hat, weil er gar nicht daran gedacht hat, dass die Weltregierung ihn loswerden wolle, weil er eben halt der nützlichste Mensch der Welt ist. Und diese Seraphien sehe ich eben auch in diesem letzten Krieg. Und welche wir da komplett dann sehen werden, wir haben jetzt mittlerweile drei Stück, mit Kuma, Hancock und Mihawk. Wobei jetzt Craig Werner geschrieben hatte, dass er sich vorstellen kann, dass ein Edward Weevil ebenfalls ein Teil dieses Pazifista-Seraphien-Programms gewesen ist, der dann vielleicht fehlerhaft gewesen ist und dann entführt wurde oder halt gestohlen wurde, eventuell durch Miss Buckins und dass er quasi der Klon von Whitebeard sein sollte. Also so wie wir es jetzt bei Mihawk Hancock und auch bei Kuma hatten. Das heißt, es könnte also theoretisch tatsächlich auch noch ein Whitebeard-Seraphien auftauchen, auch könnte hier ein Roger-Seraphien auftauchen und noch andere große Piraten. Hey, sogar ein Rocks-D-Seraphien schließe ich hier vollkommen nicht aus. Also da könnten einige Seraphien noch auf uns warten und die müssen natürlich erst mal auch starke Gegner für die Strohhut-Bande werden. Ich meine, selbst ein Blackbeard musste da sich verteidigen auf der Hut sein. Ich hätte schon mal davon ausgegangen, dass Blackbeard den am Ende besiegt hätte, aber wenn du das erste Mal auf so jemanden triffst, bist du halt natürlich erst einmal überrascht und dann spielt das natürlich auch noch eine Rolle, dass die meisten aussehen wie kleine Kinder. Gegen kleine Kinder kämpft man halt in der Regel nicht so krass. Selbst ein Blackbeard war da komplett überrascht und vielleicht durch die Lunaria-Gene, die sie höchstwahrscheinlich King damals entnommen haben auf Punk-Hazard, wird da wahrscheinlich auch noch etwas drin sein. Vielleicht werden wir von den Seraphien jetzt auch durch Vegapunk ein bisschen mehr erfahren und dann haben die da schon eine breite Masse von krassen Kämpfern, gegen die sich natürlich auch die Strohhut-Bande stellen muss, oder das werden dann am Ende so Gegner für die Wichtigen aus der Strohhut-Großflotte oder halt den Verbündeten. Die müssen ja auch etwas zu tun haben, weil die Weltregierung, die hat nicht so viel zu bieten, was die Masse betrifft, aber die müssen halt mit Qualität dann an der Stelle glänzen und wenn die Marine sich halt auch noch aufspaltet, dann haben die halt eher nur noch die Seraphien. Und was kommt noch über die Seraphien, sofern die überhaupt über der Cypher-Polar-Eg-Zero stehen? Ich stelle sie mal aktuell, weil wir nicht mehr wissen, zum einen nicht, wie stark ein Rob Luchy geworden ist oder ein Kaku und wir noch nicht so genau wissen, wie krass eigentlich diese Seraphien sind, wenn wir mal einen richtigen 1-G-1-Kampf sehen werden, auf eine Stufe stellen. Übrigens an der Stelle, was mir gerade noch einfällt, dass Rob Luchy vielleicht auch noch krasser geworden ist, eine Theorie, die ja seit Jahrzehnten in der One-Piece-Community herumgeistert, ist ja immer, dass Enel zurückkommt. Ja, und bei Enel, da sagt auch keiner, boah, hätte ein Enel heute noch eine Chance gegen einen Ruffy, gegen einen Zorro oder gegen einen Sanji, also gegen Ruffy sowieso nicht, weil er aus Gummi besteht. Ja, aber der hat dann auch alle Rüstungshaki und Observationshaki und Könighaki drauf und auch Wissen über die alte Generation auf dem Mond und so etwas und die Mondpiraten dabei, der ist dann schon krass. Ja, aber das ist ein Charakter, den wir eigentlich kennen, der eher faul ist und ein Rob Luchy soll nicht so krass geworden sein, aber ein Enel wird so krass. Also das widerspricht sich ja. Also wenn ein Enel nach zwei Jahren Timeskip so krass sein könnte, dass er noch ein Gegner für die Strohbande werden könnte, dann kann das ein Rob Luchy auch. Ist nur noch ein persönlicher Eindruck, muss nicht sein. Ich kann es mir auch bei beiden Charakteren nicht unbedingt vorstellen. Also beide haben aber zumindest das gleiche Potenzial und die gleiche Zeit gehabt, einfach stärker zu werden und ja, warum sollen die nicht stärker werden und so stark, dass wir sie dann auch ernst nehmen können, weil es sind auch ehemalige Gegner der Strohhutbande. Ja, aber kommen wir jetzt mal zum Eingemachten. Kommen wir jetzt mal zu denen, die die Weltregierung wie keine andere präsentieren. Ja, also quasi der vorletzte Part hier in diesem Podcast und zwar die fünf Weisen, die fünf ältesten Sterne, die Gorosei. Und bei denen haben wir uns lange gefragt, sind das Kämpfer? Sind das einfach Tenryu, B2, die gewählt worden sind und die sich um alle Geschicke lenken? Und bis heute können wir das nicht ganz genau beantworten. Also meines Erachtens müssten es Kämpfer sein, alleine deswegen, weil du brauchst ja dann auch Gegner für die Strohhutbande und der eine hat ein Schwert dabei, das muss ein krasser Schwertkämpfer sein, die anderen haben vielleicht krasse, super krasse Teufelsfrüchte, die bisher keiner gesehen hat, aber das sind die krassesten Teufelsfrüchte, die es halt einfach gibt oder so, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie natürlich das Beste für das Beste für sich behalten haben und die dann vielleicht auch dann von Generation zu Generation weitergegeben haben. Vielleicht ist genau das das Geheimnis, was Blackbeard teilweise herausgefunden hat, wie man Teufelskräfte, Teufelsfrüchte stehlen kann von seinem Vorgänger und so hat das die Tenryu B2 halt über die letzten Jahrhunderte immer wieder gemacht, also auch diese Möglichkeit besteht und das sind dann krasse Kämpfer, sind aber am Ende nur fünf und die haben ja auch noch jemanden, der über ihnen steht, aber zu dem komme ich gleich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Goosei Kämpfer sind und die vielleicht nicht so stark sind wie ein Kaiser, deswegen haben die auch so ein bisschen Respekt gegenüber Shanks gezeigt und wollten auch nicht gegen ihn kämpfen, weil wenn einer so stark ist wie ein Kaiser und die wären zu fünf gewesen, hätten sie jetzt auch Shanks einfach mal außer Gefecht nehmen können. So sei das mal hingestellt und es kann natürlich auch sein, dass dann auch der ein oder andere Admirale oder sogar Akaino gegen die Goosei am Ende in den Kampf zieht oder das werden halt die Gegner für Monkey D. Garp und Monkey D. Dragon und Sabo, damit die auch etwas zu tun haben, also ich kann mir gut vorstellen, dass das alles Kämpfer sind, aber der Hauptkampf natürlich am Ende, vielleicht sind das ja auch die Kämpfe für die Kaiser-Kommandanten von Ruffy, nämlich für Jinbei, für Sanji, für Zoro, für Nico Robin vielleicht und vielleicht Yamato, die dann vielleicht bis dahin dann offiziell in der Crew mit ein Teil ist, vielleicht wird auch noch der ein oder andere Charakter unterwegs rekrutiert, der gegen die Goosei kämpfen kann, aber gegen den Ruffy kämpft, das sollte doch vor allem klar sein und da sind wir beim letzten Punkt in dieser stärkste Kämpfer der Weltregion und das muss er einfach sein, Imu, Imsama, ja, Imu, halt natürlich Umi, das Meer rückwärts gelesen, der einzige Charakter, wo ich, selbst ich persönlich zugebe, der die Wasserfrucht haben könnte, na, also wenn es überhaupt die Wasserfrucht in One Piece gibt, was ich zu 99,99999% ausschließe, wenn es einen Charakter gibt, dann ist es Imsama, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, vielleicht hat er auch eine, um andere Teufelskräfte zu kontrollieren, also wir gehen mal stark davon aus, dass das irgendwas absolut krasses ist, was Ruffy vor große Probleme stellt am Ende und er hat ja nicht nur eine wahrscheinlich übermenschliche Kraft und wahrscheinlich auch alle Haki-Arten, weil wenn er ein krasser Kämpfer ist, muss er einfach alles aufbieten gegen Ruffy, da kann nichts weggelassen werden, meiner Meinung nach und noch eine krasse Teufelsfrucht, aber was er halt auch noch hat, ist eine Superwaffe und wir wissen immer noch nicht genau, was das wirklich ist, es ist eine Erfindung von Vegapunk, das letzte Kapitel hat das so ein bisschen suggeriert, könnte aber auch natürlich eine antike Waffe sein und wenn das eine antike Waffe ist, hat er vielleicht noch eine, wer weiß, wer weiß, vielleicht übernimmt er dann am Ende auch noch die Blutton von Wano Kuni, entführt noch Shirahoshi, zumindestens hat er da auf dem Bild, dass er hatte, ein Auge auf sie geworfen und wirft die auch noch mal Ruffy entgegen, gut, klingt ein bisschen utopisch, wie man das gegen Ruffy dann einsetzen kann, weil es sind ja eher Massenvernichtungswaffen und nicht gegen einen einzelnen Gegner gerichtete Waffen, aber wir können natürlich nicht ausschließen, dass Imsama da auch noch ganz andere Sachen aufzuweisen hat und natürlich, das ist der stärkste Gegner und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wie sich der, ich sag mal, der Vegapunk-Arc entwickelt und da jetzt viele Informationen Richtung Blackbeard hingehen, auch Kobe und die ganze Geschichte, dass Blackbeard nicht der letzte Endgegner sein wird, finde ich ein bisschen schade, ihr wisst, ich bin ein großer Blackbeard-Fan, aber am Ende, wenn er einen soliden Arc abliefert, bin ich auch zufrieden, das wird dann eher so der Kampf um das One Piece gegen Blackbeard und der letzte Kampf wird dann Imsama gegen den neuen Joyboy, gegen Ruffy sein und das muss einfach ein krasser, epischer Kampf werden und da freue ich mich schon drauf, deswegen glaube ich auch, dass das Imsama dann wahrscheinlich der stärkste Kämpfer ist, den One Piece dann am Ende zu bieten hat, den Ishiro Oda zu bieten hat, weil er muss natürlich alle Gegner, die Ruffy jetzt noch auf den Weg bis zu ihm bekommt, diese noch übertreffen, weil sonst sind sie keine Herausforderungen mehr für Ruffy und Ruffy muss halt dann quasi dieses Unmögliche schaffen, den letzten Boss, den Endboss von One Piece zu besiegen und das ist natürlich eine krasse Stärke und ich freue mich drauf und ich hoffe, euch geht das ganz genauso. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so von der Stärke der Weltregierung haltet, vielleicht seid ihr ja bei dem ein oder anderen Thema, bei der ein oder anderen Fraktion anderer Meinung wie ich, ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerade von Rob Lushi und Kaku haltet, glaubt ihr, die haben wirklich so krass aufgepowert nach den letzten zwei Jahren, auch in Richtung natürlich König Saki für den ein oder anderen, erwachte Teufelsrüchte für beide, wäre super interessant, gerade auch bei Kaku, der ja auch mehr oder weniger ein Schwertkämpfer ist, vielleicht auch hier und da mal einen neuen Trick oder so drauf, vielleicht sogar besondere Schwerter, damals hat er ja noch mit diesen, ja das waren ja nicht so wirkliche Schwerter, das waren ja so Schiffszimmermann-Werkzeug, das er da benutzt hat, ich bin gespannt auf euer Feedback. Ja, schreibt mir das auf jeden Fall mal rein und wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat und ihr Lust habt auf mehr Podcasts, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One Piece Podcast und natürlich viel mehr One Piece Content. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören, bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One Piece gewogen, bleibt mir gewogen. Ade!